Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge Was sagst? Wir werden jetzt beide fünf Begriffe vorlesen, während der andere die Kopfhörer an hat und der andere muss dann versuchen, die Wörter zu erraten. Um zu entscheiden, wer anfängt, machen wir eine Runde Flü-Fla-Flu und dann wissen wir, wer die Kopfhörer zuerst auf hat. Passt. Kopfball. Soll ich sagen, wenn ich es weiß? Kopfball. Udukai. Nochmal. Udukai. Nochmal. Udukai. Nächstes. Mittelfeldstratege. Was? Das sieht keine Schaus. Nochmal, nochmal. Jetzt. Mittelfeldstratege. Bielefeld? Nein. Nummer vier jetzt. Viertes Wort jetzt? Mhm. Okay. Doppelpass. Was? Durchreißen. No. Doppelpass. Doppelpass. Ja. Fünftes. Viererkette. Nochmal. Viererkette. Nochmal. Viererkette. Nochmal. Sagt die anderen beiden, die ich nicht erraten habe. Nochmal. Nummer zwei? Ja. Udukai. Nochmal. Udukai. Ne. Ne, Mann. Das andere ist das dritte? Das. Mittelfeldstratege. Mittelfeldspieler? Ja. Nicht ganz. Mittelfeldstar? Ich mache noch einmal. Mittelfeldstratege. Mittelfeldstratege. Ja, ja. Du hast? Drei. Drei. Drei richtig. Ich habe drei? Ja. Also drei von fünf hattest du. Drei von fünf. Nicht gleich. Heimspiel. Nochmal. Heimspiel. Nochmal. Heimspiel. Heimspiel. Handspiel. Passspiel. Nein. Mach noch einmal. Heimspiel. Handspiel. Nein. Keine Ahnung. Zwei. Rubeleo. Mach. Rubeleo. Und nochmal. Rubeleo. Rubeleo. Ja. Richtig. Drei. Schienenspieler. Mach nochmal. Schienenspieler. Zielspieler. Mach nochmal. Schienenspieler. Keine Ahnung. Vier. Notbremse. Nochmal. Notbremse. Doppelpass. Fast. 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 Notbremse. Nochmal. Notbremse. Notbremse. Keine Ahnung. Fünf. Dreierkette. Hast du gerade gesagt? Ja. Ja. Ich habe nicht mehr gehört. Mach nochmal. Ja, du sollst auch nicht hören. Ich habe schon Angst. Dreierkette. Dreierkette. Ja. Dreierkette? Ja. Glückwunsch. Gut spielen. Sag mal, was die anderen waren? Heimspiel war das Erste. Eieieiei. Ich habe Anspielen so gesagt. Eieieiei. Jetzt war Schienenspieler. Ja. Keine Schuss. Liebe Fans, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war sehr unterhaltsam. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht mit dem Lasse. Es gab ganz coole Begriffe und bis bald. Alles Beste und viel Spaß am Wochenende im Stadion.